In einem anderen Video habe ich über die vielen Teilzeitstellen in Bibliotheken gesprochen. Um mir nun einen Überblick über den aktuellen Stellenmarkt in Schweizer Bibliotheken zu verschaffen, habe ich die über eine Mailingliste im Juni versandten Stellenangebote ausgewertet. Insgesamt wurden 45 Stellen angeboten, Praktika nicht mitgerechnet. Von diesen befanden sich 26 in der deutschen und 19 in der französischsprachigen Schweiz. 38 waren unbefristet, 6 befristet und eine ohne Angabe. 23 Stellen waren an öffentlichen Bibliotheken, 15 an wissenschaftlichen Bibliotheken und 7 in Firmen oder anderswo. Das durchschnittliche Arbeitspensum lag bei 65%. Das heißt, in öffentlichen Bibliotheken haben die angebotenen Stellen durchschnittlich ein höheres Stellenpensum als die im Moment besetzten Stellen. Wobei möglicherweise nicht alle kleineren Stellen auf so einer nationalen Mailingliste ausgeschrieben werden, sondern eher die Stellen in den Städten. Für 17 dieser Stellen wurde eine Lehre als Fachfrau oder Fachmann Information und Dokumentation verlangt. Für 15 ein Fachhochschulabschluss, für 4 ein CAS oder MAS. Bei 6 Stellen waren verschiedene Ausbildungsstufen angegeben und für 3 Stellen waren andere Ausbildungen erwünscht. Wie ein Hochschulabschluss in einer bestimmten Fachrichtung oder eine Ausbildung in Öffentlichkeitsarbeit. Wie sieht es hier mit den Stellenprozenten aus? Durchschnittlich 53% für eine Stelle mit Lehrabschluss und 70% für eine Stelle mit Fachhochschulabschluss oder MAS. Das ist ein statistisch signifikanter Unterschied. Es gibt also für Personen mit höherer Ausbildung Stellenangebote mit mehr Stellenprozenten. Und schließlich habe ich zum Spaß das Stichwort Bibliotheksmitarbeiter auf einer Jobplattform eingegeben. Es erschienen 190 offene Jobs. Von der Stelle als Erzieherin über die HR-Spezialistin bis zur Assistenzärztin. Warum auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.